Hallo und willkommen zurück bei Battlefield 4 Multiplayer Online mit Outside Gaming und ihren Mannen hier bei YouTube. Was geht? Der Schrank ist zu. Hi! Was für ein Schrank? Der Schrank ist zu. Das geht. Wir stürzen uns gleich ins Gefecht. Wir sind die Chinese Boys. Und jetzt wird einmal heftig beigetreten. Irgendwas. Irgendwie. Ich fahre mit dem Boot. Was ist das für Scheiße? Da kann ich nicht beigetreten. Ah, gestorben oder wie? So. Wer ist im Boot? Jetzt bin ich im Boot. Jawohl. Passt ja. Das ist meine Runde. Jawohl. Ich hab jetzt so einen gescheiten Bug gehabt, oder? Nein, das ist die Meeresquenz voll verpackt. Ja, jetzt hole ich schon. Ich bin schon, ja. Jawohl. Ist er ein Feinbrot, oder? Willen nach rechts. Willen nach rechts. Jawohl. Wieso hab ich gerade keinen? Ich hab teilweise keinen Dome. Nein. Wohin jetzt? Wohin? 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 Was tun wir? Äh, äh, A, oder? Oder was willst du? Hey, Faye, nehm mich mit. Bist du mit dem Boot unterwegs, oder was? Ja, mit dem Jetski. Ich nehm mich mit zum Fahrzeugzerstörer. Wo bist du? Ist ja ganz drüben noch. Ja, nicht mehr C, oder? Warum kann ich nicht mehr fahren, oder? Nein. Wo ist er? Ich bin ganz woanders, Brasche. Muss ich den Sitzplatz wechseln, oder dass ich wieder fahren kann heute? Ja, sehr klar. Oh, jetzt hat er mich gemacht. Oh. Wo war das denn? Ich muss erst einmal C ein. Warte mal. Oh, mich hat irgendwer tötet. Ja, und ich hab eine gescheite Watschen gekriegt. Ah, das Gunship hat mich gemacht, okay. Also, ich schwimm jetzt gerade zu C und mich kommt. Oh, Alter. Wo ist noch was? Das Gunship. Das Gunship? Ja. Ja. Hat's ja gemacht. Ja. Ja. So, eh. Hat das Boot überhaupt umgemacht, oder? Da, wo? Wir konnten gleich einmal bei A joinen. Das schaut nämlich gut aus da hinten. Oder bei E. Ich bin jetzt einmal beim Athen, gell? Ich bin hinter dir. Okay. Wo geht's los? Wo geht's hin? Oh! Ja, natürlich geht das. Das war ich. Aha. Okay. Die Granaten. Irgendwas hat der Gun gemacht. Das war ich wahrscheinlich, oder? Nein, die Map ist scheiße, wenn der Sound so verpackt ist. Ja, voll. Habt ihr einen verpackten Sound, oder was? Ich hab gar keinen Sound. Fast keinen. Ja, teilweise gar keinen. Ja, nur die Laufgeräusche. Hubschrauber ist markiert. Und weg. Tauber. Taubeer. Taubeer. So jetzt Richtung D, oder? Wie sieht's aus? Was D? Wie gesagt, oder? D wie Dora. Putten. Da ist irgendwo einer und schießt er auf mich. Das sind überall welche. Ey, ich bin aber noch bei E, gell? Nein, das war noch einer. E wird eh übernommen, ey. Nein, wird's nicht. Nichts? Oder was ist das für ein Scheißverfuck, ey? Das sind immer so Fluchen, ey. Weil da alles verpackt ist auf der Map, oder? Ja, bin ich, ja. Wuuu. Wuuu. Was ist da denn los? Ich bin da. Ich bin da. Oh, komm wo, Junk, Granata. Oida. Wo ist da? Da, 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 da. Granaten. Granaten! Schon wieder er. Wer ist er? Ja. Fahrzeug ausgeschaltet. Wunderbar. Im Scanship am, äh. Ich krieg's Schiff am, 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 anloand. Oida. Ich krieg's Schiff am, 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 anloand. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn der Richard denn offen, oder? In Richtung D auf, oder? Ja, D. Komm, 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 komm. Kannst du fahren mit dem Ding? Alex? Na, bin auf der Seite drin. Genau. Genau, da, uh. Steck aus. H-Punkt-Punkt-Zu. Ich bin mit ihm offen. Genau. Keine Ahnung. Ich pack mir mein Panzer aus da, oder? Immer die depperten Sniper da hin. Ja, ich will sagen, wir machen jetzt wirklich mal ein bisschen taktischer Action. Panzer. Probieren zumindest, jawohl. Außer der Gaming Panzer unterwegs. Jawohl. Okay. So, was machen wir jetzt? D, oder? Ja. E, E eigentlich. Also, E mal wieder safe machen. Ja, auf D ist der Angriffspiel. Achso, E, stimmt. Ja, fahren wir drüber, hast schon recht. Bis mit ihm. Wo sind denn die? Bei E, oder? Spiel nicht. E ist frei. Wir sind ruhig im Haus. So, sehr gut. Dann haben wir das. Ich hab das da erfasst. Es war cool, dass du mich mitnehmen hast. Ah, scheiße. Mir ist voll frei. Bin gut. Oh, Fanta. Ja, steig ein. Ja. Bante ist bei uns. Bante ist bei E. Schön. Der Boot ist bei E. Alter. Sehr gut. Glaubst du, kommt ein Auffee? Nein, ich merke, dass du nicht Auffee kommst. Zu Wanderhoden. Der Sound wieder weg, Alter. Gehst du jetzt auf Jagd, oder was? Ja, sicher. Ich muss nicht irgendwas eingermachen. Ja, schau. Dann fahren wir zu A. Ja. Okay. Und wir sind jetzt bei Dora. Ja, und E ist weg. Bei Dora? Okay, bei Dora sind's. Warte an. Sag mal, das ist bei euch auch mal Legge jetzt auf dem Sender, oder? Ja. Erstens Legge und zweitens habe ich nur teilweise einen Sender. Ja. Das ist aber auf der Map normal. Ja. Ja sicher, genau. Wo mit zu B gleich, ha? Da hat er uns am Arsch gehabt. Also zu B, oder wie? Da kommt jetzt ein Panzer. Hm. Das ist doch scheiße, so Spinn, oder? Aber erst sehen, entweder der Surfer kackt gleich wieder ab, oder was weiß ich auch nicht. Ja. Oder die Map ist einfach so. Die kehrt Legge. Ja. Das ist schon absichtlich. Wohin? Panzer. Ah. Was zum Panzer? Nein, bist du Panzer? Da draußen, oder? Da draußen, ja. Bei B, ja, bei B bin ich auch. Da ist ein Auto. Ja, ich häng da irgendwie. Aua Auto. Aua Auto. Okay, Alter, komm ich da jetzt wieder nimmer aus, oder? Und der Wald hilft uns rein, das weißt schon. Da haben wir schon eingenommen, oder? Ja. Da haben wir schon eingenommen, oder? Ja. Ja, da, wie es tief passt schon eingenommen, oder? Ja, das ist ja wurscht, oder? Der hat nur mit einem Schuss gebraucht, oder? Und wir waren weg, oder? Wir haben fast kein Life mehr gehabt, oder? Ja, ich hör das nicht bei dem Sound. Ne, ich hör das nicht bei dem Sound. Ich hab nur mit tüüt, tüüt Von dir kill's hier, oder? Also schreib mir nicht an! Ah! Ma Pope Eiderkirchen, oder? Mein Macheta, oder? Was ist? Panzer. Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Ja. Sicher Maast bin wieder weg, du Arschgesicht, oder? Ich schaue halt einfach mal, dass ich überlebe. Ich kann einmal wieder einen aus der Welt sparen, Alter. Warum, ich lebe noch einer? Ja, ich kann dir aber nicht beitreten. Nein, aber ich kann nicht. Gut, aber alles. Nein, mag er nicht. Das gibt's nicht. Okay. Das hat mir wieder Zeit gemacht. Ach, wie ist das Zeug, das ist ja mein Traum. Wir verlieren schon wieder Haus hoch. Ja, voll. Aber nur ein bisschen die Zehn. Wir sind nicht schuld. Oder kein uns. Oh! Schnapper! Ich bin nur geschnackt. Ich bin nur geschnackt. Ich bin nur geschnackt. Ich bin auch nicht in den Garten. Ich bin nur geschnackt. Ja sicher Was? Leute diese verkackten Aufklärer Kinder Hö 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 Ja genau Okay F Macht schon Spaß das Spiel Alle voll im Rage Mode Vergewandt, oder? Wo seid ihr denn überhaupt? Am Arsch Aber sowas war das Freut mich Freut mich Bei, äh, bei Ich bin jetzt bei E Ich bin im Boot Au Ach Achso, ablosen Achtung Jemand wurde soeben als HZ getaggt Feiß grünen wir nicht, oder? Oh ja, dann werden wir da schon wieder gemacht Achtung Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Ooooo Ich renne in den Botanik Ob man dann unter Sniper erwischt Mich glaub's auch So weit hinten, hey Ah Ah Was für eine Rede da machen Wo ist er? Über Ja, ich wäre Sniper Markieren Na Steve Bin in dem Fahrzeug drinnen Ah Gott, jetzt ist das Schiff bei mir. Wo soll ich was markieren? Sag an. Ist das Schiff draußen? Da drüben. Schiff? Ist markiert? Ah, nochmal. Jetzt ist es zu weit weg. Aber das Messer hat nur markiert. Da ist noch eins. Nein, geht drüber. Ja, da ist noch eins rechts. Markiert. Einsatz Ziel Echo wurde neutralisiert. Achtung Männer, der feindliche Commander hat ein Hauptziel markiert. Das nächste ist markiert. Wo? Die Leute haben nur noch einen Glückstreffer dabei. Schießt du so um mir da aus? Ja. Ein Baum niedergemacht. Feindliche Drohne. Hui. Boom. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Schießen. Oder so ein Heli. Bei dir. Stopp. Hör auf. Wie ist das? Wo ist das denn? Also, tief. Und du nicht. Ja der niedergeflügelt wird. Was hast du denn da so. Ich glaube auch. Sechs, ja. Markier. Oh, was? Der Affe mit Waffe. Affe mit Waffe. Hubschrauber. Hubschrauber ist markiert. Hubschrauber ist weg. Hubschrauber ist weg. Irgendwas kriege ich da noch fett um mich schreitzen. Fuck! Ja, Hubschrauber. Nur einer. Das war ein Panzer. Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Hmm. Warten wir mal bei C, oder? Na ja, dann. Dann machen wir Panzer. Mit dem Heli drüber. Gut, probieren wir's. Okay. Da ist irgendwo einer. Na ja. Werner ist auch da. Na ja. Da join ich gar nicht mehr, Alter. Oh, jetzt haben wir einen gemessert. Sau. Wie ist das Messer? Ein F, oder? Oh, ey. Da haben wir Verhoda. Große Don't die Map vorbei, oder? Na ja, gut. Das war immer ein super nubiger Ob-Kack-Kack-Schlag. Tags. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Battlefield Multiplayer 4 Online, Outsider Gaming & Friends. Bis dahin. Adios. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.